So, mein nächster Studiogast kommt aus der Türkei, dort schon ein Megastar. Ich heiße herzlich willkommen, Atiye. Hallo. Hallo. Bring Me Back, deine neue Single, ist jetzt gerade in Deutschland rausgekommen. Magst du mir ein bisschen die Geschichte darüber erzählen? Ja, natürlich. Also Bring Me Back ist die erste Single, aber wir haben ganz, ganz viele Songs geschrieben in den letzten anderthalb Jahren. Die wurden alle in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Städten geschrieben und produziert. Unter anderem, also Deutschland, Japan, Türkei, Schweden und Dänemark. Und wir haben uns letztendlich für Bring Me Back entschieden, der aber in Deutschland geschrieben worden ist. Von mir, von Daniel Nitt und von Alex Geringas. Und die Story ist, also halt der Typie, der mich enttäuscht hat, mein Herz gebrochen hat. Und ja, ich sage dann zu ihm, du sollst auf die Knie gehen und mich anflehen. Please, 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 bring me back. Und gleichzeitig ist es auch Bring Me Back to Germany, weil ich ja gebürtige Bremerin bin, aber bis jetzt alles nur in der Türkei gemacht habe für meine Karriere, für meine Musikkarriere sozusagen. Und jetzt, ja, jetzt bin ich hier und möchte jetzt hier durchstarten. Und sind spannende Zeiten, nachdem du ja in der Türkei, ich kann es ja mal kurz subsummieren. Also Best Turkish Act für MTV Europe, Music Award 2011, Nummer 1 Album Boudour, Werbegesicht für Coca-Cola, Nummer 1 Hidmetzaya, YouTube Clips millionenfach und so weiter und so fort. Also es liest sich ja schon wahnsinnig. Ist das für dich jetzt wirklich so ein kompletter Neustart hier in Deutschland? Wie fühlt sich das an? Ja, irgendwie schon. Also ich bin richtig aufgeregt und ja, ist natürlich alles sehr neu für mich und ja, bin sehr gespannt. Wie war das allgemein mit der Musik bei dir? Hast du schon von Kindesbein an Musik gemacht? Ja, schon. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe erst mit dem Tanzen angefangen. Musik kam erst später. Also ich habe mich immer sehr dafür interessiert, auf der Bühne zu sein und öfter auf der Bühne zu stehen, entweder als Tänzerin oder als Sängerin. Und am Anfang war es auch eher als Tänzerin. Und dann später habe ich gedacht, so das Singen mache ich doch schon lieber und dann kann ich ja vielleicht später auch beides kombinieren. Und das mache ich jetzt auch. Und ja, mit 17 Jahren kam mein erstes Album raus in der Türkei. Und in der Türkei also wirklich schon mega erfolgreich. Ich habe es ja schon erwähnt. Was ich mich jetzt gefragt habe, du kannst ja auch irgendwie Sprachen, fünf Sprachen. Also aufgrund stimmt das nicht so ganz, der Promozettel? Es war mal fünf, aber mittlerweile sind es irgendwie vier, viereinhalb vielleicht. Also türkisch, holländisch, deutsch und englisch. Also das französische ist so ein bisschen. Es ist wie bei mir mit dem Spanischen. Ich habe es auch gelernt, aber muss man nicht mehr vertiefen.